path of exile mit outlaw und akira wir sind hier in the coves immer noch auf dem weg weiter vorwärts nee das haben wir ja schon hinter uns glaube ich vorwärts jetzt müssen wir zwar immer noch weiter vorwärts aber die quest vorwärts ist schon hinter uns ja aber es ist ja doch weiter vorwärts jedoch wir haben noch die vorwärts quest von daher genau blablabla red mir nicht da rein so also am ende von wo ich das hier so gerade sehe beenden sie dann hier mit und bis zum nächsten mal und ich hoffe es hat spaß gemacht ein scherz das war natürlich so und wir machen weiter weiter damit folgten tun er doch auch in der arbor in unerwartung die mitte der wettbewerb haben wir nicht gerade von bäckern und dann kommen wir schnell mal mit nether ja da wollen wir nether abquatschen abwachsen diese ich liebe nether für uns zu sagen hat wo was ist denn das ich es gilt Add Lightning Damage? Ach, das sind jetzt diese Unterstützer-Dinger. Ja. Ich hab hier allerdings auch noch einen Skill. Hm. Dann mach ich mehr Elemental Damage. Interessant. Ihr habt nur leider keinen roten Schlott mehr. Hm. Ich bin jetzt gerade und überlegen nämlich jetzt noch den 20% vom physischen Schaden wird na gut, das wird noch draufgesetzt. Ach, das ist ein normaler Fire Punch sozusagen. Oder wie? Mhm. Plus 1, 1 bis 7. Oh, interessant. Ein Firestorm mit Lightning damit hätte doch was, oder? Oder Skeletons mit Ich bin gerade überlegen. Ich kann jetzt bei einer Attacke eben halt Leben draufpacken, dass ich Leben bekomme. Oder eben halt noch zusätzlich Feuerschaden draufknallen. Das wäre natürlich gerade bei diesem Lightning Strike natürlich eine geile Sache, ne? Mhm. Ja, ich hab die Möglichkeit hier Elemental Damage zu erhöhen auf der Waffe. Das ist aber ein roter Gem. Das Problem ist, ich hab keinen roten Schlott mehr frei. Okay. Oder halt Lightning Schaden connected zu irgendwas, ne? Zum Beispiel Firestorm oder ja, Ice Nova oder sowas das dann noch zusätzlich ja, weißt schon, ne? Mhm, mhm, mhm. Elektrischer Schaden dazu kommt. Und das andere ist Minion. Minion Life erhöhen, aber ich, wie gesagt, ich bin für den Skeletten immer noch nicht so wirklich überzeugt, aber gucken wir einfach mal später, aber das wollte ich jetzt nicht nehmen. Kann ich nachvollziehen. Ja, ich hab mir jetzt im Endeffekt das Leben absaugen auf meinen Lightning Strike aufgelegt. Das ist echt schon krass. 61% mehr Elemental Schaden auch bei der Waffe. Also das unterstützt dann die Waffe, hm. Dann müsste ich den Heavy Strike oder erstmal den Cleave wieder rausnehmen. Weil das wird mich schon echt reizen. Ja, mach ich einfach mal. Nimm ich erstmal den Cleave raus. Den Cleave hat ich ja... Also ich bin vom Cleave vollends überzeugt. Aber das liegt doch daran, dass ich wahrscheinlich mehr stärker hab als du. Das kann angehen. Dann pack ich den nämlich in meine Waffe rein. Muss er ja, glaub ich, auch. Nein, muss er nicht. Au weh, au weh. Ach, das war knapp. Eieieiei. Was der hier für Blitze um sich schmeißt, der Joll. Kann ich aber auch. Oh, Mann, voll. Ach, hab ich ihn umgehauen, hab ich ihn. Du bist anscheinend immer noch in der Stadt zu Gange? Ja, ich war eben noch schnell in der Stadt und ich musste mal ein bisschen die Gems umsortieren. Ich komm jetzt aber. Oder ich bin jetzt angekommen. Wo bist du denn? Oh, ich hab hier gerade eine ganz schöne Rüstung gefunden. Mit 88 Rüstung. Nee, Evase Rating. Ach, verdammt. Ach. Ja, ist ja nicht so unser Ding. Nee. Weiter. Die sind natürlich leitende Räumon. Nee, deals like me. Nee, genau. Kleiner Unterschied. Ja, hab ich eben anscheinend nicht getroffen. Blöde Wand und Weg gewesen. Ja, du hast es ganz so gut so, ne? Ja. Die sind zum Glück nicht gegen Feuer immun, also ordentlich reinhauen da, während du mit dem Weg blockierst. Dir den Weg blockieren? So, so. Du meinst den, den Weg blockieren. Hm, oder so. Hm, mir gehen dort die Wüstungs aus. Oh, Mann, I'm just gone. Oh, nettes Schild. Leider doof. Ach, das ist doch gar nicht so schlimm, merke ich gerade. Das kann ich ja benutzen. Muss ich nur den da reindrücken und den da reindrücken. Tada, schon kann ich das nutzen. Zack. Wird schon wieder wo was reindrücken? Ah, okay. Und du wüsstest du, wenn du wüsstest. Wo ich dir überall was reindrücken will. Wieso mir? Hier geht's nicht weiter. Deine Rüstung willst du doch reindrücken. Wirst du eigentlich ähm, schildtechnisch genau? Achtung, ne? Ne, ich dachte, was meinst du jetzt genau? Schildtechnisch? Ja, was du dort trägst. Eine Amor 53 mit Shanks to Block 24%. Achso, dann ist das okay. Dann hat's euch mit dem falschen knapp gedrückt. Hier geht's weiter. Oh, sehr lang. Irgendwie ist das so ein richtig fieses Labyrinth. Ein bisschen, ja. Hier sitzt du begeistert. Erlebt ja noch. Erlebt ja noch. Das hab ich übersehen. Ah, dafür bin ich ja da. Um den Müll rauszubringen. Was ist das? Large mana Large. Krass, hast du schon eine Large? Ich hab schon bei den Ausschau. Achso. Kann ich die dann haben? Mir fehlt noch eine. Hast du eine Wüste für mich? Ja. Brauche ich nicht Wann und Scherz. Also, was heißt brauche ich nicht, aber, ne? 40 zum Maximum 33. Das ist doch wieder mein Leben. Oh, ein Goldener, pass auf. Ja, schon gesehen. Das war irgendwie ein wenig enttäuschend. Was ist denn das? Ein Cleaver. 100 Axe zu 11 zu 35. Oh, das ist aber nice. Das nimm ich mal mit. Zack. Zack. Oh, nicht die Axe in der Hand hier. Dead End. Oh, da geht's auch weiter. Ja. Kevin of Anger. Wie? Was hat denn Kevin mit der Anger zu tun? Kevin mit der Anger. Ich höre hier was. Oh, da sind schon wieder welche. Hä? Geister? Hm. Das sind nur Geister. There will be Bugs. Das ist ja auch gut. Ich habe gerade so ein Tooltip da im Ladebildschirm. Graben, Polen. Ah, der Feuerregen. Ich liebe den Feuerregen. Ja, habe ich gut gelootet, ne? Hm. Beinahe so gut wie... Ih, die explodieren, ja. Äh, äh, Aua. Ist nicht nett. Du komischer Kerl, du. Ih, was denn das? Super slow sein. Das sind aber lange Sekunden. Hm, ich bin irgendwie ein bisschen, ein bisschen full. Echt? Ich bin sowas von leer. Hm, kann aber auch gerade nicht wirklich umsortieren hier. Naja, passt schon. Trudor ist ein Skill. Ja, Happy Strike. Haben wir ja schon. Haben wir ja schon. Äh, was war das denn jetzt? Komischer Leck. Das sind ja Colt resistent. Das sieht nach einem Dead End aus. Mach mal ne Küste. Hm. Wo die stürmen im Hintergrund. Extra Fire, extra Cold, moves quickly, deals lightning damage. oh, 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 Geil, du blödes Vieh. So, hörst du mal auf hier? Ich glaube, weil ich im Weg bin. Oh, mir kann zu viel. Pass auf. Und blaue. Oh, schreit da irgendeiner. Au. 39, na. Die sind so übel. Ja, aber sowas von. Oh, 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 weg, 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 weg. Danke, mein Leben, das Schutzschild. Alter, Mistratte. Höse. Äh, 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 hap, geh weg. Ach Gott. Mami. Hab umgemacht. Eieieiei. Noch mehr! Die sind echt übel, die Viecher. Ich find's irgendwie lustig. Ja, ich find's auch lustig, wenn sie in so einer Masse um dich rumstehen und ich sie dann alle wegpratzt und du dann stirbst. Bin ich schon gestorben? Nein. Nein, bist du nicht. Na also. Ey, was ist das? Ein goldener wieder. Cast Firestorm. Oh, oh, oh. Das kann ich aber auch. Ich kann das nicht tragen. Was ist denn das? Ich hab keine Wüste mehr. Jo, ich müsste mal verkaufen gehen. Die du. Ich hab jetzt 13. Tolles hier, 12 zu 35. Genau wie meins. Allerdings mit nem grünen Socke. Macht jetzt auch den Kur nicht wert. Ich hab auch 13. Dann mach ich mal zur Abwechslung. Mhm. Doch mal die ganzen Krims-Krams loswerden. Genau. Mhm. Mhm. Kein Unterschied. Okay. Und was hörst du von dem Ding hier? Mhm. Ich hab er eben. 69 32. Brauch aber Level 17, ne? Ja oder nein? Moment. Nein. Hast du? Ja. 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 Man weiß. Oh mein Gott. Doch. Weil du denn nicht hierher kommst. Hm. Nö. Mach keiner. Ja weil ich... Weil ich ein neues auch gemacht hab. Achso. Okay. Achso. Kann ich auch gar nicht tragen. Genau. Da war ja was. Muss' ja noch bissil warten. Hadouken 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 Gehts weiter? Oh geister Blöden Geister eben schon wollte sie hauen wolltest du Blöden kamen die Blöden Totes Ende Totes Ende? Du bist gestorben Ja Oha oha Habs erschlagen Das bin ich so schön du Hui Geisters Geisters Noch mehr Geisters Geistern hier so rum oder wie Das war jetzt verschwendetes Mana Aber so viel kostet das gar nicht muss ich sagen Ach du hast doch eh auch ein Mana Rack so Ja Von daher Ach so schlimm sollte das eigentlich nicht sein Oh 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 weg hier Lass mich ran Oh 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 Da sind ein paar hintereinander explodiert Ein Ein Was bringt denn ein Goldring? Guck ich gleich Auf den ich gelootet hab Hab Ähm Ein Goldring bringt Rarity of items found Also Increase Also für das Loot Equip Für das Loot Equip Hm Was ist denn das jetzt hier genau auf dem Boden? Gold ist das Die will ich mitnehmen Mit 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 Stopp stop stop Wie war das? Von wegen hier gibt es kein Gold im Spiel Ich habe gelogen Ja So jetzt müssten wir eigentlich so ein Wo ja genau rua und Kognilien Merse und Dünblich und Dünblich und Dünblich und Kultrösischen Aua Ja Ich kreide die ganze Zeit Ja wo ich dran stehe Wahrscheinlich Wichtig 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 aber gut dass du das andere ist ein bisschen hochlädchen von lightning schlag schon was aus so länger hat es nicht nur durch die hier so geht das waren die er macht kadaver explosion pass auf die explodier dinge sicher ja tauchen zwischendurch mal ein paar rote von diesen tentakel fischern auf ja schon wieder stammt steht doch mal nicht nicht er so sterben ich habe ihn gleich auch nicht er hat mich gleich hat so ein blödes schild jeder aufgebaut ja alles meins ich habe ein skill aufgesammelt was habe ich denn hier israel nice projektil spell feier ist ein argon nice in front of the coaster which deals physical damage kann ich doch irgendwo noch ein stopfen kann ich nicht das war das tote explodieren lassen wird sich eigentlich nicht das mache ich jetzt damit ja ja guck mal tonne ich benutzen 23 end ruhig doch dann würde ich mal sorgen das ist eine crown ja würde ich auch sagen 25er handschuhe habe ich hier die sind aber nett besser als meine gleich mal reindrücken damit ist kannst du 25 handschuhe mit zweimal blau gebrauchen arm auf 25 ja freudig was ist jetzt mal rot bis zwei mal blau guck mal hier kannst du den wettbewerb kurs maximum energy tiered cold resistance und 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 ja geht mal bitte ich schick um das geben ich habe hier was hast du an haben ab hier könnte den hier anbieten den hier um das ist oh ja und nicht auf den Feldhorn lieber so noch wüsstungsüben Maximum 1 2 3 4 5 6 Stück übernommen so viel habe ich nicht ich kann den drei geben müssen wir wohl doch noch mal gleich hoch ja kann nur drei geben Dankeschön was hältst du davon 69 21 20 und die Schild Oya alles kann aufgesammelt genau so wie das 60 der Weiner wie die die Mischung gegeben hat 90 21 20 Neneh die die du mir gegeben hast ist besser das ist eine Rüstung gerade das andere ist eine One-Handed Maze 5 bis 8 5 bis 11 ach nö die Maze-Spray auch nicht ich dachte wegen Elemental Damage erhöht und zu meiner Generation das sind durch 5 n n als die andere besser okay ja gut dann lass uns mal weiter schauen genau da geht das tor auf zum forest nicht was hat dann was hat dann forest jetzt hier zu suchen forest gump ja ich bin forest gump verstehe ich nicht und ein waypoint den nutzen wir gleich mal aus damit beenden wir diese folge auch wir werden dann noch mal den rest untersuchen ob es irgendwie in irgendeiner art und weise gebrauchen können und was uns in akt 2 erwartet das werden wir dann nächsten mal sehen auf bald bye